Es passt ein bekannter Werbeslogan, mittendrin statt nur dabei, eingerahmt von Rudi und Volland und überhaupt von der ganzen Profimannschaft der TSG. Zwei Gewinner von Heimspiel hautnah bekommen ein Mannschaftsfoto und stehen selbst mittendrin. Ein total schönes Gefühl, weil die Jungs waren total lieb und haben mir Tipps gegeben und haben gelacht mit mir. War gut, auf jeden Fall. Steht man einmal inmitten seiner Stars, relativiert sich offenbar einiges sehr schnell. Es war doch eigentlich einfacher, wie man gedacht hat. Man denkt immer, das sind so Übermenschen und sonstiges. Und im Endeffekt sind es dann doch genau die Leute wie wir auch, die auch nur mit Wasser kochen. Mit Heimspiel hautnah hat jeder die Chance, einmal ganz nah dran zu sein und hinter die Kulissen der TSG zu blicken. Die Teilnahme? Denkbar einfach. Es gibt jetzt bei jedem Heimspiel so Kärtchen, die man ausfüllen kann. Da habe ich einfach eine ausgefüllt und dann wurde ich irgendwann angerufen von einem der Betreuer und die haben mir dann mitgeteilt, dass ich gewonnen habe. Ich habe einen Zettel ausgefüllt vor dem Spiel gegen Nürnberg und einfach Adresse, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und dann wurde ich gezogen. Fotografiert und posiert wird aber noch mehr als auf dem obligatorischen Teambild. Sponsoren wollen besondere Motive, die besondere Maßnahmen erfordern. Das gewonnene Mannschaftsbild mit dem personalisierten Mittelpunkt steht aber zumindest für zwei in besonderem Fokus. Die entsprechenden Abzüge sind schon fest in die heimische Dekoration eingeplant. Natürlich, ins Wohnzimmer, bei meinen Eltern ganz groß wird es eingeräumt und dann. Überall, die Eltern wollen eins, ich will eins, ins Wohnzimmer auf jeden Fall ganz groß, nehmen wir das Hochzeitsfoto. Daumen hoch für Sarah und Dominik und für zwei oder drei andere, die mit auf dem Foto waren. Sponsoren. Sponsoren. Sponsoren? gek detto. De Nada.